Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013, Malaysia steht vor der Tür und das Wetter könnte für Überraschungen sorgen. Freitag leichter Regen, Samstag leicht bewirkt und Sonntag der Kälteeinbruch in Malaysia mit einem starken Regen. Das könnte interessant werden, als erster Rennen haben wir gewonnen mit Hilfe der Strategie des Teams. Ja, weiterweise muss ich ja immer die Strategien umändern vom Team, dieses Mal ging man die Strategie vom Team, gerade so mit diesen weichen Reifen und deren 8 Runden. Das war ja mal grenzwertig bis zum Umfallen und ich bin gespannt, was wir hier in Malaysia abbekommen. Ich sehe schon, dass es regnet, das ist schlecht, weil wenn wir gleich wirklich 100% lesen im Rennen, dann muss ich Reifen sparen. Dann habe ich hier keinen Satz fürs Training. So, jetzt habe ich noch einen Tick-Tack in den Mund. Oh, habe ich mir ein Gefühl munter. Wir haben da ein... 15 Prozent Regen! Oh Gott. Oh mein Gott. Schauen wir mal kurz. 92 Prozent! Er legt mich doch am Arsch! Ja, äh. Also super, ich habe noch ein Ziel. Ja, super. Äh, ja. Ich will das auch mal unter trockene Bedingungen machen. 92 Prozent! Regen! Alter! Das wird eine Regenschlacht, das sage ich euch jetzt. Das wird gar nicht so einfach werden. Okay, 1,446. Da sind wir noch weit weg von den Zeiten, von den Trockenzeiten. 1,428. Was haben wir denn da? 4,41 im letzten Sektor ist es definitiv so langsam. Genauso wie 26,5. Ihr seht schon, ich lasse die Zeitanfrage jetzt mal vorsimulieren. Mit 92 Prozent, wenn es da durchregnet. Oh mein Gott. Das wird eine Reifenschlacht. Das wird der Krieg der Reifen, ja. Ich kriege da Autos, also ich kriege da Sterne. Nein, das wird der Kampf des Autos. Alonso mit einer neuen Bestzeit. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Ich bin natürlich immer noch auf der 22. Aber die Bestzeiten, wir fanden keine Bestzeiten gerade. Ein Training, das fällt komplett ins Wasser. Thema, äh, definitiv Spanien Grand Prix. Das, was dieses Wochenende ansteht. Heute ist das Qualifying. Nicht vergessen zu gucken. Ja, ganz wichtig. Das ist jetzt die Frage, können wir das schon riskieren? Ne, mein Teamkollege ist immer noch auf Interst draußen. Was ist das Problem? Was haben wir überhaupt für ein Ziel? War ich über mehr als 95 Prozent an der Einzelpflege? Oh nein, war zu kompliziert. War ich über mehr als 95 Prozent an der Einzelpflege? Und nur maximal 3,5 Meter von Näh an Näh ab. Dieser Gesamt 1,46,8. 3,0 ist die Mutter wahrscheinlich so auf 10 Prozent. Da könnte ich im Notfall wirklich noch drauf verzichten. 42,5. Kommt, das sind noch keine trockenen Bedingungen. Bei den Bedingungen würde ich zudehnen. Was können wir denn hier? Oh Gott, 22 Runden. Ach, du Scheiße. Und 17 Runden. Ja, Prost Mahlzeit. Hier, da brauche ich echt alle Reifensätze. Das Qualifying ist komplett trocken. Ja. Sogar noch Sonic. Ja, super. Was mache ich jetzt, ey? Das ist jetzt echt die Frage. Wir fahren jetzt einfach mal raus mit dem Ziel. In Hoffnung, die Schreck ist trocken. Die ist nass. Und die ist richtig nass. Die ist richtig nass. Bleib während des gesamten Rennens so dicht wie möglich an der Ideallinie, damit wir die Länge zu rücken können. Da sieht man schon den Reifen. Dass da hier zu viel Wasser herrscht. Oh, bei Reifen bleiben nicht stehen. Okay. Jetzt muss ich dann von einer 46.0. Aber doch, Reifen kühn ab. Aber nicht ganz so extrem. Also die Reifen sind doch nicht stehen geblieben. Vielleicht haben wir doch ein bisschen Grip. Auf jeden Fall habe ich Grip. Okay, also es geht. Dein Speed ist gut. Mach so weiter. Also hier bräuchte ich jetzt die Rezeperatur in den Reifen, sonst habe ich Probleme. Aber es geht, es geht. Also unmöglich ist es nicht. Aber schön ist es hier auch nicht. Ich verlinke mich in dieser schnellen Rechtskurve. Eine Zehnte zurück. Ich nutze das Ganze wie um Dahl und nachts auf, wie üblich bei mir. Ich brauche hier auch keinen Reifentest, weil bei 92% Regenwahrscheinlichkeit ist. Jetzt fällt hier alles wirklich komplett ins Wasser. Gucken wir auf die Bestzeit fahren von 1.42.5. Die Rolle war natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig gefahren. War überhaupt nicht ans Limit gegangen. Danke, das reicht schon. Okay. Es geht schon auf Trockenreifen. Wirklich schneller ist man dadurch auch noch nicht. Aber natürlich wird die Strecke irgendwann hier richtig trocken. Und dann werden auch die Zeiten der KI besser. Und ich würde mich jetzt auch skretig verbessern hier. Ja, da sehen wir schon. Erster Sektor, ja. Gar nicht mal Bestzeit hingeknallt. Also wenn ich doch ein paar ruhig fahre, werden wir ein paar Runden fahren. Und wenn wir in Skullify entspringen. Ohne Wenn und ohne Aber. Jetzt kriege ich den ganzen Spray und auch vom Vordermann ab. Das ist kein neuer Regen. Das ist aber nur der Spray, den man abbekommt. Einige Fahrer legen auf Intermediate ziemlich gute Zeiten hin. Du solltest jetzt auch wechseln. Nee. Also ich stecke hier gute Zeiten auf Trockenreifen hin. Also das funktioniert. Das ist Wahnsinn, ja. Jetzt bekomme ich doch DAS. Also schade, ihr wollt ein ganzes freigegeben. Das ist natürlich eine neue Bestzeit. Und zwar deutlich. 1.41.0 Also es geht auf Trockenreifen. Ist es jetzt hier ein KI-Bug oder was? Also ich muss versuchen, dann im Rennen wirklich durchzukommen bei so viel Regen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal jemals hatte in der ganzen Karriere, dass wir was mit über 90% Regenwahrscheinlichkeit hatten. Boah. Und auch mal um 40. Ja, die Schrecke wird schneller. Das sind ganz klar jetzt trockene Bedingungen. Ich fahre mal, ob da noch einen richtigen Müll zusammen. Weil wir natürlich auch nicht 100% Griff vorfinden. Siehe, die Reifen. Das soll, glaube ich, so eine feuchte Schkelle da oder eine feuchte Reifen darstellen. Wir werden echt schneller. Weil der Reifen auch einfach die Temperatur und das ist auch schon ergeben da dran, ja. Die Schrecke ist nur noch feucht. Und ich kann trotzdem noch so schön schnell fahren. Und da noch der S erlaubt ist, ist, kommt jetzt hier die ganze Gacke wieder. Und nochmal um zwei Sekunden. Also gut, dass wir die Zeit vorsimuliert haben. Da konnte ich mir echt einen Satz Intermediate sparen. Nur für diesen Reifen-Test oder Motor-Test oder was auch immer das da stehen sollte. Auch mal leise ist im Klassik-Modus dran. Also das wird einmal leise ja Rommel-Renn-Wochenende. Vom allerfeinsten. Ja, und nochmal dreizehntel schneller. Aber warum kriege ich diese Konkundation nicht in die... Also diese Links-Rechts wird sich im Klassik komplett anders. Wie auch die hier. Da sind wir noch lange nicht im fünften Gang. Das kommt natürlich eine Stunde später als das hier. Also eigentlich der Perfekt zur realen Formel-1-Zeit. Ich rutsche noch extrem viel. Ich rutsche jetzt auf weich unterwegs. Also KI reagiert auch. Und da ist das Qualifying unter trockene Bedingungen. Das heißt, wir können die Reifen raushauen. Im Qualifying. Ja gut, das heißt ja, es geht ja nur 92% Regenwahrscheinlichkeit. Das bedeutet ja nicht, dass es komplett regnen muss. Ja, weil wir haben nur diese 2-Stunden-Grenze. Aber wir fahren hier Zeiten in 1,40er-Bereich. Und ich glaube, hier fahren wir was mit 55 Runden. Von daher kann das durchaus passieren. Okay, das war jetzt eindeutig. Das darf mit dem Qualifying nicht so oft passieren. Was darf eigentlich gar nicht passieren? Das kann man nur rennen, kann man das ruhig ja ein bisschen mehr passieren. Ein neuer zweiter. Jetzt wird die KS. Das ist fertig. Trockenreifen natürlich. Wieder schön quergestanden oben. Wieder 13. schneller. Ach, ich kriege die Skrack irgendwie nicht gebacken gerade. Auf jeden Fall werde ich noch mal eine Runde dranhängen. Motor werden wir nicht wechseln. Der ist jetzt ein Rennen drin. Dann werden wir wahrscheinlich im China-Rest wieder wechseln. Und dann werden wir in China richtig pushen, was das Zeug hält. Guterres auf der 3 sieht man auch nicht alle Tage. Und Spanien. Der Spanien-Grumm-Prix geht hier an. 1996 der erste Ferrari-Sieg. Was für ein Zufall. In Spanien. Im Regen. Also 1996 hat es das letzte Mal, glaube ich, ein Regenrennen in Spanien gegeben. Ich glaube, das darfst wir dieses Jahr auch nicht erleben. Da lege ich mich auch ein bisschen fest. Dass es auf jeden Fall trocken sein wird. Und es wird der entscheidende Grand Prix eigentlich sein für Red Bull. Ob sie überhaupt nur was die Saison reißen können oder nicht. Weil sonst wird der Abschnitt irgendwann zu groß auf Mercedes. Und wer der zu groß wird, dann ist vorbei. Ja, ich weiß gut, das war ein bisschen fies von mir. Aber ich habe einfach die bessere Speed. Mit dem Lotus. Und es heißt ja immer, wer in Barcelona schnell ist. Es ist überall woanders ausschneiden, weil das Gesamtpaket muss spielen in Barcelona. Und deswegen sehe ich mir jetzt jetzt hier ganz klar Favorit. Mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Die werden wieder die Piste rocken. Und zwar, ich denke mal, wir auf 1 und 2 nach Hause fahren. Und dann wird wahrscheinlich so ein schöner Kampf werden dahinter. Wenn es 37, 8. Und ich würde sagen, es reicht als Training. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Na gut, zu viel ist bei mir eigentlich. Zu viel ist bei mir, wie wir jetzt den Runden angekommen sind. Und das ist jetzt so skandertmäßig. Na gut, der Lotus und Classic, das sind doch zwei Paar Schuhe. Wie die sich fahren lässt. Also bei Classic muss man noch mit mehr Gefühl auf jeden Fall. Mit dem Gasfuß sein. Weil der Drehmoment um einiges besser ist. Könnte sein, dass man in 2014 aber genau den hat. Oder vielleicht noch ein bisschen aggressiveren. Das könnte ich mir durchaus vorscannen. Aber bis dahin haben wir noch über 20 Grand Prixs vor uns. Noch einige Wochen. Und Pläne für 2014 möchte ich eigentlich noch nicht äußern. Außer, dass wir eine Koop-Saison mit Tobi geplant ist. Er will mich ja irgendwann mal schlagen. Ich glaube, das dauert aber noch. Da muss mir 2014 ja gar nicht liegen. Und ihm muss das ja perfekt liegen. Und ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Der S-Flügel funktioniert auch. Das ist nicht schön. Das ist immer noch mal die Einfall in die Boxengasse. Was natürlich im Nassen auch noch mal schlimmer ist. So, dann müssen wir uns innerlich aufs Qualifying vorbereiten. Also, wenn es 2000 bis dahin war, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir es wieder so machen. Wieder ich. Fünf Saisons zu 100%. Mal schauen, was Gottmann ist noch einbaut. Vielleicht bauen sie den Klassik-Modus weiter aus. Also, ich glaube, die neue Schnappsidee an. Ja, bei Gottmann ist es ja alles möglich. Sage ich es mal so. Denen ist alles zuzutrauen. So, up ins Qualifying. Ja, ich lese aber einen Menden auf der 12. Von daher können wir die... Na, verändern nur auf der 4. So, die wird auf der 5. Dieses Ergebnis können wir mal zu den Akten legen. Das ist ja mal gar nicht... Das war ein Kräfteverhältnis. So, jetzt können wir Reifen raushauen, was es nur geht. Eigentlich könnten wir dann auch mit dem... Obwohl, wir können immer noch auf Trockenreifen schaden. Also, ganz so sicher ist, sieht die Sache natürlich nicht aus. Welche Führer oder besser ist das Ziel. Das passt. Also, die Komponente fällt nicht aus. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schlossen werden. Das wird das für die Tortur werden mit den Regenreifen. Ich hoffe, dass mir der Lotus da wirklich entgegenkommt. Ein bisschen mit dem Reifenverschleiß. Was mir auch gefallen ist, er hat ein bisschen... Der Lotus hat vielleicht ein bisschen weniger Reifenverschleiß. Aber nur wirklich ein bisschen. Aber das Auto ist irgendwie so gut, dass es auf abgenutzten Reifen auch noch funktioniert. Also, man merkt ja nicht wirklich dieser extreme Leistungsabfall in den Rundenzeiten. Das habe ich jetzt nicht so gespürt in Australien. Dass ich auf einmal wirklich eine Sekunde oder zwei Sekunden langsamer bin. Nee, das habe ich nicht gespürt. Also, deswegen ist der da... In der Hinsicht der Lotus auf jeden Fall das beste Auto. Nur vom reinen Reifenverschleiß... Nein. So, jetzt sind auch eigentlich mal die Reifen bei mir wieder schwarz zu erkennen. Ja, und nicht dieses silberne, durchsichtige, nasse... Irgendetwas. Das sah natürlich auch sehr schön aus. Aber man sieht, die Wolken sind noch da. Aber es ist keine Regen angekündigt. Das Ziel ist, wie gesagt, wäre der vierte... Erstmal ist unser Ziel, erstmal in die nächste Session zu kommen. Ins Q2. Sollte aber nicht allzu sehr das große Problem darstellen. Eine Runde weiter zu kommen. Lotus war mal nicht im Lotus-Wies-Saison. Es war ein bisschen mein Wunsch-Team auch einfach, einfach, einfach. Ja. Ich war einfach mal neugierig in dem Reifenverschleiß. Und jetzt müsst ihr das Ganze mit mir ertragen, ja. Das ist halt einfach so. Fünfte Saison. Das wird wieder in einer schönen Abstimmung passieren. Da werde ich aber eine Abstimmung rechtzeitig machen. Jetzt habe ich geschlafen mit dem Fett eigentlich, aber egal. Okay, ich habe nicht wirklich ein Vor- und mir wieder mal die perfekte Lücke erwischt. Die Jatobi im Korb grundsätzlich nicht bekommt, ja. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen Glück, dass man diese Lücke erwischt. So, die ganzen Top-Fahrer sind natürlich noch drin geblieben. Weil Kimi ist auch noch drin. So, Rika, dann machst du bitte Platz. Danke. Die Rechtskurve, die ist so was von schwierig. Und dann hast du anbremsen auf die Kurve hier. Ja, finde ich extrem schwierig. Sehr weit rausgekommen. Aber nicht, dass Kies begrüßt. Genau, Schilden. Ich gehe mir im Weg. Das hat Zeit gekostet. Definitiv. Bottas 1,40. Nein, so tier 1,39. 1,36. Hier sind wir da fast drei Sekunden schneller. Einer hat auch schon geschrieben, der Lotus sei um 5 bis 7. Wenn ich mich richtig ändere, langsamer ist der Mercedes. Abwarten. Du hast gerade die schnellste Runde gefahren. Gut gemacht. Wahrscheinlich ist er auch langsamer. Nur um wie viel, da möchte ich mich eigentlich nicht festlegen. Weil das ist wirklich sehr, sehr schwierig, immer so präzise zu sagen. Es ist doch von Rennstrecke zu Rennstrecke unterschiedlich. Natürlich kommt man auch drauf an, wie man die Runde erwischt hat. Aber der Lotus ist schon wie ein Auto, was so ein bisschen mehr auf Renntrip abgeschirmt wurde. Genauso wie ein bisschen der Ferrari. Wenn der Mercedes eher ein Auto ist, was auf Qualifying programmiert wurde. Schnell zu sein auf eine Runde. Weil man sich doch, dass so oft Lewis Hamilton weiter vorne ist. Der Lotus war noch nie ein Auto, was im Qualifying schnell war. Wann hat dann Kimi Rai Köln die letzte Poolposition geholt? Im Lotus. Hat er überhaupt eine Poolposition geholt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich kann es mir gar nicht, gar nicht so wirklich vorschlagen, dass der Lotus mal auf der 1 stand. Und das Ding von vorne kontrolliert hat. Ne. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, es stand immer ein Red Bull ganz vorne. Ferrari oder... Erzähltes, ja. Und nie ein Lotus, ne? Also den letzten großen Preis von Spanien hat natürlich Fernando Alonso gewonnen und davor Pastor Marlonado. Und die beiden haben in der Werbung eigentlich nicht wirklich viel gerissen. Von dem Pastor Marlonado hat er gar nichts gerissen. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt, 2012, das Duell. Vettel hat 16. Rückschrank, Rosberg 8. Alonso auch 8. Weber und Hamilton haben genau eine Sekunde Rückschrank auf mich. In Q1. Schwierig. Du bist in allen... Du bist in allen drei Sekunden schneller als Kimi, wolltest du sagen. Habe ich recht? Wenn du das sagen wolltest, schreibt es in die Kommentare. Kimi auf der 7 und ausgeschieden. Die vier üblichen Verdächtigen. Wen wunderts und Bottas und Esteban Guterres. Gut, Guterres scheint auch sehr oft aus. Und sonst teilen sie jetzt immer Bottas oder Wern. Ricciardo sehe ich auch selten auf der 17. Naja. So. Die Wolken haben sich verzogen. Die Sonne kommt zum Vorschein. Es ist Zeit für Q2. Und ich würde sagen, war auf jeden Fall war ich... Einheit geschrieben, ich soll mich auf Hard qualifizieren. Ja. Aber nicht bei den Regenbedingungen. Äh, nicht bei den Wetterbedingungen fürs Rennen. Ne, danke. Wenn er jetzt wirklich nur nur 0 gestanden wäre, hätte ich gesagt. Gut, können wir drauf eingehen. Kann ich auch als Kompromiss eingehen. Ja, wenn es im Rennen 0% Wahrscheinlichkeit gibt es ja auch im Qualifying of Hard qualifizieren muss. Könnte man nur mal nachdenken, ja. Es wäre noch ein bisschen der Kick natürlich auch. Ja, weil der Hard natürlich deutlich langsamer ist. Auf einigen Rennstrecken würde das aber auch keinen großen Unterschied machen. Zwischen hart und weich. Aber es wäre eine schöne Challenge, ja. Definitiv. Weil wir hatten... Ich hatte ja schon mal so eine Challenge auch in Brasilien. Ich glaube, das war 2012. Da hieß er von Tobi, fahre die ganze Zeit auf Mager. Außer die erste Runde. Das hätte man eigentlich im Mercedes einführen können, ja. Diese Idee, also einfach mal, dass ihr Zuschauer mir mal Aufgaben schickt und ich die einfach mal einbaue, ja. Es sollten natürlich auch noch realistische Entscheidungen sein, ja. Ja, die man auch erfüllen kann. Das würde das Ganze natürlich wie den Reiz auch ein bisschen geben, ja. Also... Also, wenn ihr einfach mal packt, dann schreibt einfach mal ein paar Challenges in die Kommentare, was euch so einfällt. Ich kann euch schreiben, ob es mir gefällt oder ob ich es mache. Ja, so... Aber es wäre zum Beispiel ein Ideenanschluss, definitiv. Also, lasst euch da mal was einfallen. Ich weiß, ihr seid ja kreativ bei. Ja. Das sehe ich ja immer wieder, wenn ihr Kommentare schreibt, dass ihr da sehr, sehr kreativ seid. Und weh, ich habe ein Vorbild. Ich sehe da hinten, nehme ich einen im weiten Horizont. Horizont. Und die Chainsens werde ich dann wahrscheinlich nicht auf China annehmen, sondern wahrscheinlich... China, was kommt dann bei rein? Lassen wir es ab Spanien oder Monaco, Monaco, Gott. Oh Gott. Von Monaco, ich stimme wahrscheinlich. Die Schade von 22 oder so war so... Arbeite dich durchs Feld durch. Ja. Und natürlich schade, wenn da wirklich sowas kommt, wo ich dann aufs Qualify verzichten soll. Also, das ist dann... Das ist auch nicht der Sinn der Sache, ja. Das ist nicht der Sinn der Sache. Also wirklich sowas wie mit Benzin. Da kann man auf jeden Fall was taktieren. Oder einfach mal eine festgelegte Strategie, äh, sagen, die bitte realistisch ist, ja. Also jetzt nicht hier fahr... War aufweich dann auf Inter so, sondern auf Regen greifen. Obwohl, die kann ich die Bedingungen dafür sind. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und an uns ist es nicht der Sinn der Sache, dass du diesen Poller mitnimmst, ja. Paris auf der 37, 8, da lache ich herüber. Also die KI ist auf Legende, ja. Na, 36, egal, oder was? 1,5 Sekunden. Auf Paris, wohlgemerkt. Das war die schnellste Runde. Das war die besten 10 zu kommen. Fällt er auf der 2. Ich bin gespannt, wie viel Sekunden Rücksstand. Sekunden, ich rede schon von Sekunden, ja. Also wenn wir hier bei einer Rallye sind. Weil da geht es wirklich um Sekunden. So, Marionado. Hamilton 2, Rosberg 3, äh, Vettel 3, Rosberg 4. So wollte ich es gesagt haben. Die Reifen werden leicht warm hier, aber das spielt keine Rolle, die Trockenreifen. Wir werden eh hauptsächlich nur Inter so der Regen greifen sehen, ja, im Rennen, also von daher. Können spannend werden. Gut, ich habe ja noch 3,5 Stunden mit manuell, ähm, so manuell geschaltet. Da warte ich immer noch eine schöne, äh, Schuhnode von euch. Wenn ihr es nicht gesehen habt, weil ihr mal, oh Gott, das, wenn das Rennen so schnarchend langweilig, dann schaut euch nochmal an, das schöne, äh, ja, selber schalten von mir. Ich würde mir, ich hätte mir selber die Minute 4 gegeben, ausreichend. Weil ich, äh, da war es, war nicht perfekt. Es war aber auch nicht so gut, dass ich schneller gefahren bin, als, äh, gewöhnlich. Befriedigend, nicht wirklich, weil ich einmal neutral gestaltet habe. Viele, äh, viele Fehler halt beim Schalten, und das habe ich selber gemerkt und realisiert. 45.000, oh, Hermann ist doch jetzt schneller gefahren. Also, ich muss hier um die Bullposition kämpfen, nur mal so als Randnotiz. Also, ich würde mir selber die Minute 4 geben, im Schalten. Wie die Note schon sagt, ist ja ausreichend, ausreichend, nämlich in dem Sinne, ich bin schon als die GE von mir, in meinen gleichen Zeiten gefahren, als wenn ich auf Automatik gefahren wäre. Also, von daher, Position 5, wenn ich, nehm Kimi nur 15. Das ist zu wenig. Ausgeschieden sind Centipers auf der 11, beide Vorsitzenden auf 12 und 13, die Westen auf das Ziel, Ricciardo, 14, der Mai, oder du 15, dann werden auf der 16. 15 ist es zu wenig, da muss ich mal nochmal was raushauen hier. Das geht ja nicht so. Ich sehe aber auf jeden Fall deutsche Flaggen, das ist schon mal ein positives Zeichen. Mal leise, ich sage ja auch Petronas, das ist ja Petronas, das ist ja der Sponsor, auch von Mercedes. So, ich warte, dass die natürlich alle rausfahren. Wie gut, das Setup jetzt drin, dann ist die Bar verpackt, mit 3, 2, 2, okay. So, ich höre gerade, dass man Kimi rausschickt. Also wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, die Pole Position. Deswegen, das Ziel wäre der vierte oder besser. Hätten wir einen Q2 nicht erreicht. Also da müssen wir aufpassen, wir werden leichtsinnig. Oder ich werde leichtsinnig. Ja. nach den doch relativ leichten Saisons sauber und McLaren-Koop jetzt und dann noch Mercedes. Ich werde leichtsinnig. Ich rede es immer so, ich rede es eigentlich leichter als es ist. Ja. Aber man vergisst, man ist jetzt nicht mehr Mercedes, wo man wirklich die Pole Position so einfach locker rausfahren kann. Nein, wir sitzen im Lotus. Immer noch im Senderhelm. Der immer noch zum Auto passt. Da bleibe ich bei meiner Meinung. Das heißt natürlich, Pole Position heißt natürlich in einem Regenrennen jetzt nicht besonders viel. Gut, das hält. Ich lasse das Skanketürme raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Deswegen kämpft man nur um die Pole Position. Aber in einem Regenrennen da kann ich alles passieren. Da kann ich mich auch mal wegdrehen, wenn die Reifen tot sind. Safety Car ist auch nicht mehr ausgeschlossen. Abwarten, abwarten. Aber ich wäre schon mit Platz 2 oder 3 auch zufrieden. Das ist ja mehr als das Lotus hier im Spiel hergibt. Laut KI. So, wir bereiten uns. Ich nehme nur vorbei über zwei schnellere Runden. Das ist nicht das Problem. Nur eine wäre mir lieber. Ob man mit dem Lotus hier vielleicht Topspeed Nachteil hat. Schwierig. In der Kurve reingebremst. Das war schon ziemlich am Limit. Auch sehr gut gebremst. Aber es ist sehr weit rausgekommen. Die Eingangsgeschwindigkeit war zu hoch. Dadurch kam ein Unterschrank zustande. Okay. auch nicht perfekt. Das war ich durch den zweiten Sektor und habe keine Referenzzeit. den Kurven scheitert in dem Fall getroffen. 36,6 hier muss ich weit ausholen. Heimenden 36,4 35,8 das ist nur eine halbe Sekunde. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Erster Sektor ist auch Bombe aus. Bei der Runde. Bei Sektor 2 habe ich Fehler gesehen. Und Sektor 3 auch. Gerade hier und da habe ich mir die Runde jetzt verhauen. Okay. Also die Frage riskieren wir noch ein Reifen oder sage ich hm ich nehme es in Kauf. Halbe Sekunde das kann ich ja immer noch rausholen. Also im Zeitraffer 5 Minuten bleiben noch in dieser Session. 35,8 was ist denn vorhin Alonso gefahren? Was ist 36? Ich muss eigentlich noch mal schauen. Kimi ist momentan auf Platz 9. Kimi ist nur neunte. Alu geht's noch Kimi? Ja jo Du wirst Weltmeister wenn du im Lotus und wirst nur neunte im Qualify Alu geht's noch? Ja Okay die Kayfait nochmal dann haben wir die Pulp ist eigentlich sicher. Weil es muss ich jetzt reinfallen dann wird es raus und ob da ist es dann abgelaufen und dann werden die Runden eh nicht mehr gewertet. Bei Coldmasters System hier. Deswegen das ist die Pulp Position. Aber mich interessiert das jetzt kostet noch mal was in den was in den 36 36 0 ok ja dann dann sollte es in der Regel reichen ich sag nix wenn der Regel sollte es reichen ich seh da das Gesicht von Fette damals war er auch in der Box schreibt 3 in der Nummer bis auf die sieben immerhin 8 am Wasser das ist schwach Höhme wieder stärker 9 3 Button auf der 10 und das kann sich die seine sind und da um eine bis auf eine Zehntel rankommen wenn die vierte oder besser erreicht die ein Kollege wird das ganze Rennen es regnen oder bleibt es vielleicht doch trocken das erfahrt ihr am nächsten Part 1 3 1 3 1 2 1 2 3 4 5 6